Selbstständigkeit in 60 Sekunden heute mit Julio. Was machst du, Julio? Ich bin der Gründer von Soeco und wir fertigen personalisierbare Taschenaccessoires aus Leder. Krass, wie seid ihr dazu gekommen? Ich habe damals in der Uni Wirtschaftsinformatik studiert und da gab es ein Programm, das hieß Manager More und da habe ich teilgenommen und in diesem Rahmen von dem Programm gab es ein Businessplan-Seminar und das habe ich dann mit Freunden zusammen gemacht und da ist dann unsere Gründungsidee entstanden. Jetzt machen wir mittlerweile was anderes, aber damals haben wir mit DIY-Sets angefangen, um Taschen ganz einfach selber zu nähen. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Habt ihr irgendwie einen persönlichen Bezug dazu? Ja, tatsächlich war die Geschichte, dass der Gabriel, mein Freund, der eben auch mitgegründet hatte damals, wollte seiner Freundin zu Weihnachten eine Tasche schenken. Und wie jeder Kerl ist dann losgelaufen und hat sich gedacht, jetzt schau ich mal, was ich finde und dann hat er festgestellt, dass die Taschen noch alle recht teuer sind. Und er war immer schon so ein Anpacker und Fahrrad reparieren und alles und hat dann sich gedacht, ach, das kann ich auch selber. Und hat dann einfach diese Tasche selber genäht. War natürlich nicht so ohne und er musste viele Leute fragen und Handwerker und hat das dann aber am Ende geschafft, hat es gemacht. Und damals war eben dieser DIY-Boom hat quasi da angefangen, der ist ja jetzt immer noch. Und wir haben dann dieses Business-Plan-Seminar gemacht, das Aufbau-Seminar und haben dann einfach angefangen. Und sind dann die ersten Taschen, das war echt super, weil wir sind dann hier im Sendlinger Tor rumgelaufen und haben Frauen unsere Taschen gezeigt, die wir genäht haben. Und da hat dann keiner hinkelt, kurz, das nicht, das nicht. Und da haben wir halt immer weiter gemacht, bis wir irgendwann dann das ausgereift war und diese Sets eben angeboten haben. Und dann haben wir unseren Online-Shop selber noch alles selber zusammenprogrammiert damals und haben diese ersten DIY-Sets verkauft. Das ist ja total krass. Und habt ihr das dann alles neben dem Studium gemacht? Das lief alles neben dem Studium und auch noch natürlich mussten arbeiten, weil BAföG hat dann nicht gereicht. Das lief dann immer nebenbei bis zum Punkt, wo wir gemerkt haben, jetzt wird es doch mehr. Das war auch ein schönes Erlebnis an Weihnachten. Dann hast du plötzlich 30, 40 Bestellungen an einem Tag und wir waren völlig aus dem Häuschen, haben das gemacht. Und ich habe aber dann für mich entschieden, weil ich war mit meinem Studium nicht glücklich als Wirtschaftsinformatiker. Da habe ich mich nicht gesehen, da in irgendeinem größeren Konzern zu hocken und war dann so ein bisschen vor die Entscheidung gestellt, mache ich das jetzt weiter? Vor allem, wenn man nebenbei noch arbeitet und das ist einfach dann doch viel zu tun. Oder höre ich auf und habe mich dann entschieden, weiterzumachen. Meine Mitgründer wollten ihr Studium machen und in andere Wege gehen und habe dann tatsächlich mein Studium nicht weitergemacht und bin voll in die Selbstständigkeit reingegangen. Und ich sage immer so ein bisschen, ich habe mich selber ein bisschen Schach gesetzt schon und bereue es aber auf keinen Fall. Ich mache es bis jetzt mit großer Leidenschaft. Und genau, die DIYs jetzt haben sich, das hat sich gewandelt, das lief eine Weile gut, aber man muss sich so ein bisschen anpassen. Wir haben gemerkt, dass mir das vom Marketing einfach sehr, sehr schwierig ist, weil unsere Zielgruppe sind Leute, die nicht nähen können. Und auch wenn es sehr einfach war, weil man hat wirklich alles bekommen, die Löcher waren schon drin, das musste nur gar nicht fehlen und das Feedback war grandios. Aber vom Marketing her war es ein bisschen schwierig, das den Leuten so zu verklickern. Und dann habe ich das so ein bisschen gewechselt und wir sind mehr auf die Personalisierung gegangen und haben dann eben angefangen, immer mehr einfach Accessoires zu fertigen und die Personalisierung in den Fokus zu stellen. Okay, und was bedeutet Personalisierung? Namen drauf oder? Genau, wir hatten damals einen Laser gekauft, weil wir haben halt das Leder alles von Hand zugeschnitten und die Kunden mussten auch die Löcher von Hand machen. Und weil das sehr lange gedauert hat und man dann irgendwie sechs, sieben Stunden in der Tasche genäht hat, haben wir mit einer Finanzierung uns einen Laser gekauft. Und weil wir das schon in der Uni konnten einen Laser nutzen, da haben wir das dann schon getestet und konnten damit dieses Sets besser machen. Aber dadurch kam dann auch, dass wir die Gravur angeboten haben und viele halt gesagt haben, natürlich will ich meinen Namen auf meiner Tasche haben. Und dann hatten wir halt auch, das war auch eben ein Weihnachten, wo wir eben sehr viele Bestellungen hatten und dann hatten wir so viel Lederrest, weil wir so viele große Taschen verkauft hatten, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt mit diesem Verschnitt was machen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir halt Schlüsselanhänger. Und aus dieser einen Sache, das hat, dann habe ich plötzlich gemerkt oder wir so, okay, wow, das funktioniert ja richtig. Da kann ich gut Keywords setzen und es kommen Bestellungen rein. Und dann kamen auch die ersten Firmenbestellungen, die dann irgendwie 20, 30 Stück mit Logo drauf bestellt haben. Und dann hat das so langsam nach und nach das DIY-Geschäft abgelöst, dass wir uns halt auf diese, unser USP, diesen Laser eigentlich fokussiert haben. Das ist ja krass. Das heißt, ihr habt mit einer Sache angefangen und dann eigentlich über mehrere Iterationen, teilweise ein bisschen zufällig, teilweise aus der Not heraus geboren, einfach immer euch weiterentwickelt habt und eigentlich das Portfolio erweitert bzw. verbessert habt. Genau, genau. Und jetzt ist es auch so, dass wir eigentlich wieder in einem Wechsel sind, weil wir gemerkt haben, dass das B2C-Geschäft einfach immer schwieriger geworden ist und wir einfach eine Riesenkonkurrenz haben, auch sehr viel, sehr günstige Lederartikel, die personalisiert werden, Amazon. Es ist einfach schwierig, da mitzuhalten. Und haben aber viel immer schon für Gastro auch gefertigt. Und das ist auch einfach, ich mag die Gastronomie, die Hotellerie. Mein Bruder ist ein sehr guter Barkeeper in München bekannt und dann bin ich da reingeschlittert und dann haben wir angefangen, immer mehr für die Gastro zu machen. Und jetzt sind wir gerade in diesem Wechsel, dass wir sagen, okay, B2C machen wir weiter, aber wir wollen uns eigentlich fokussieren auf Kleinserien, weil wir sind nicht gut in 5000 Stück, da sind wir einfach zu teuer. Wir sind sehr gut in einem Stück, aber das ist schwierig, das so zu machen, dass auch wirklich was hängen bleibt. Und deswegen haben wir gesagt, Kleinserien ist eigentlich unser Ding und da ist Gastronomie super, weil wir da so 20, 30 Barkarten dann fertigen oder Lederuntersetzer, Schürzen, genau. Und das passt jetzt ganz gut und jetzt gehen wir das an. Ist ja mega cool. Also finde ich es super spannend zu hören, wie ihr euch die ganze Zeit permanent weiterentwickelt, weil sich der Markt verändert oder ihr auf was anderes Bock habt. Und hast du das Gefühl manchmal, oder wenn du so beschreibst, okay, das B2C, also das Endkundengeschäft, ist schwieriger, ich mache jetzt eher Firmenkunden, ist das, also hast du vorher so eine Art Unruhe gehabt, weil das nicht mehr so gut funktioniert hat? Oder wie bist du dann auch, wie bist du mit solchen Situationen, also wie hat sich das angedeutet und wie kommst du dann auch zu einer Lösung? Also angedeutet hat sich, einfach weil wir gemerkt haben oder ich gemerkt habe, dass das Online-Geschäft nicht mehr so läuft und ich auch gemerkt habe, dass einfach, dass wir sehr viel Arbeit in einen Kunden reinstecken und unser Portfolio nicht groß genug ist, weil wir sind ja jetzt kein Taschenlabel, wo jemand sagt, wow, so eco, das ist die Handtasche, sondern wir hatten ja immer den Schwerpunkt dann eher auf der Dienstleistung schon fast, würde ich sagen, und nicht jetzt, dass wir so eine Art Label sind. Und da habe ich gemerkt, dass dieser klassische Fall, ich verkaufe jemandem einen Schlüsselanhänger, der verkauft dann, will unbedingt die Tasche von mir oder das noch passend, das hatten wir nicht. Das heißt, wir hatten dann immer eine Bestellung, die sehr teuer war und konnten dem Kunden jetzt nicht, der will jetzt nicht nochmal einen Schlüsselanhänger, also vielleicht, aber es war ein bisschen zu wenig. Und ich habe mich halt immer gefragt, wir brauchen etwas, was ein bisschen nachhaltiger ist. Und wir hatten das schon immer so, dass wir sehr vielgleisig gefahren sind, also überall. Wir hatten dann noch ein bisschen diese DIY-Sachen, die Schlüsselanhänger, dann mal Gastro, dann viele verschiedene Sachen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mir auch schwergetan, Sachen dann einfach aufzuhören, weil man denkt, ah, da könnte ja mehr kommen. Aber ich würde schon sagen, jetzt so in der Pandemie, wo es auch schwieriger war, habe ich mir einfach viele Gedanken gemacht, wo will ich denn hin? Und schon gemerkt, ich will nicht mehr so, also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass verschiedene Leute nehmen mich als verschiedene Firma wahr. Für manche bin ich der, der macht den Schlüsselanhänger, für andere, oh, wir haben auch mal Workshops gemacht. Oder der macht tolle Gürtel-Workshops, der Nächste sagt, ey, der hat mir Gastro-Sachen gemacht. Also es ist nicht so, dass jemand sagt, ah, so Eko, die machen das und das. Und ich habe gemerkt, ich will eigentlich mehr dahin, dass wir klarer definiert sind, was wir sind. Und einfach diesen Fokus mal auf eine Sache und die anderen Sachen weglassen. Wir haben schon überlegt, lassen wir mal das Endkundengeschäft einfach mal komplett weg. Einfach nur, um zu schauen, was passiert. Ja, kommen wir dann schneller in das Firmenkundengeschäft noch rein? Und genau, aber es war wirklich, wenn ich ehrlich bin, viel grübeln, viel überlegen. Was macht man? Dann liegt man wach. Dann bespricht man sich mit Freunden, mit anderen Gründern, mit so und genau. Du hattest vorhin erzählt, dass Corona schwierig war. War das bisher so eure schwierigste Phase? Würde ich auf jeden Fall sagen. Es war einfach so, dass wir, also ich habe ja 2012 gegründet und 2015 haben wir dann den Laser gekauft. Dann hatten wir so zwei, drei Jahre, haben wir uns angegroovt. Und dann hat man einfach gemerkt, es läuft jetzt. Also wir hatten unser Polster, wir waren eingespielt. Ich hatte sogar die Möglichkeit, eine Auszeit zu machen, Theater zu spielen, drei Monate. Also es war mega gut. Und dann kam Corona und hat uns einfach oder mich auch recht kalt erwischt. Weil ich dachte, ach, ich bin in einem Online-Shop, wir kommen da gut durch. Hab aber eben nicht bedacht, dass einfach E-Commerce so schnell sich so verkompliziert, weil natürlich alle reinpreschen. Und wir hatten einfach dann auch, das kam noch dazu, intern auch Probleme. Im Team hat es nicht mehr gestimmt. Das ist natürlich bei so einem kleinen Team ganz schwierig. War fast noch schwieriger, wenn ich ehrlich bin, als Corona, weil das hinzubekommen und dann auch die Entscheidung zu treffen, es geht so nicht mehr, wir müssen uns irgendwie trennen oder andere Wege gehen. Das war schon hart. Und ich habe da auch überlegt, ob ich überhaupt weitermache, weil es einfach einfach sehr schwierig war. Und dann hat sich aber mein Team neu formiert und es hat sich so gut gefügt. Und ich bin einfach so glücklich, gerade mit meinem Team. Und mit Flady und Markus weiß ich einfach, dass wir das rocken. Und ich kann mich zu 100% auf die beiden verlassen und sehe. Und das ist einfach, würde ich schon sagen, der Hauptgrund. Also ich war kurz davor zu sagen, ich mache es ja auch eine Weile, fange ich wieder von, nicht von Null, aber so mit ein paar Schritten zurück wieder an. Aber so kann ich mir das vorstellen und jetzt freue ich mich auch drauf. Cool. Und was hat dir in dem Moment, als es nicht lief, die mentale Stärke gegeben, trotzdem eigentlich dabei zu bleiben? Tja, das ist eine schwierige Frage. Also es war eher ein bisschen andersrum. Ich weiß, dass ich ein sehr positiver Mensch bin. Und so ging es die ganzen Jahre, dass immer, wenn was nicht lief, habe ich gesagt, ja, okay, das läuft jetzt nicht. Aber wenn ich das jetzt so mache und wenn ich das anders mache und mit den neuen Produkten, dann läuft es. Und meine Angst war eher dieses, hey, vielleicht läuft es jetzt einfach nicht und ich kriege es jetzt nicht gebacken. Wann ist der Punkt, wann ich aufhöre? Also dieses, ich hatte eher Angst vor mir selber, dass ich auf Teufel komm raus immer weitermache und es nicht diesen Punkt für mich finde, wo ich sage, naja, vielleicht wäre es jetzt gut, was Neues nochmal anzufangen in Frisch. Und das war eher der Struggle, den ich hatte. Und was hast du, das finde ich super spannend, aber warum hast du dann trotzdem weitergemacht? Weil ich mir dann, ich habe mir dann überlegt, na wie wäre es, na würde ich jetzt so, man guckt dann nach links und rechts und die Freunde und die haben irgendwelche Jobs und verdienen irgendwie vielleicht da auch ein bisschen mehr und da und mir dachte, na wie wäre das, wenn ich jetzt irgendwo vielleicht, würde ich mich vielleicht bewerben? Also ich habe das so durchgespielt, was wäre denn? Und kam aber ganz schnell dahin, boah, aber dann, dann hätte ich ja das nicht mehr, dann hätte ich nicht mehr das, dass ich so mein Ding machen kann. Und ich, natürlich weiß man, versuchende Kosten, das ist eigentlich per se, aber trotzdem ist es halt mein Baby, ich habe das so aufgebaut. Wir waren kurz davor, dass es wirklich richtig gut lief. Es war so ein geiles Gefühl und es hat sich einfach noch nicht richtig angefühlt, vor allem mit der neuen Konstellation, mit unserer Ausrichtung, dass wir auch jetzt gesagt haben, wir wollen ganz klar jetzt was anders machen und eben auf diese Kleinserienfertigung, Nische reingehen. Und ich habe mir halt jetzt gesagt, okay, ich will das nochmal probieren, habe mir jetzt auch Ziele gesetzt, die ich erreiche mit dem nächsten Jahr, wo ich einfach sage, da muss ich hinkommen, damit es auch für mich rentabel genug ist, damit meine Altersvorsorge passt, damit dieser ganze Arbeitsaufwand muss ja auch irgendwie sich am Ende irgendwann finanziell lohnen. Und da habe ich mir einfach so jetzt ein paar Ziele gesetzt und habe gesagt, so, jetzt gebe ich nochmal Gas und will es nochmal wissen. Und genau. Ja, super, super spannend. Und was würdest du Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Ich würde Ihnen sagen, es auf jeden Fall machen und ausprobieren. Also es ist schon so, ich habe mir auch manchmal gedacht, ich würde es wahrscheinlich auch so machen, dass ich, und wenn es nur nebenbei, wenn man nur irgendwie in der kleinsten Art und Weise irgendwie anfängt, aber oft zerdenkt man sich das so lange, spricht da mit Freunden, da kommen auch viele so, die dann einfach sehr vorsichtig sind, vorsichtigere Mentalität. Wenn man irgendwie die Chance hat, das auszuprobieren, das geht natürlich nicht bei allen Tätigkeiten, ist einfach, einfach machen. Auch wenn es nur einen ganz kleinen Schritt mal machen und mal schauen, wie es sich anfühlt. Und wenn es nur ist, dass man nur mal den Samstag immer investiert und dann kommt man schon dahin. Und was eine andere Sache ist, das denke ich mir ganz oft, viele denken oder haben das Gefühl, das kann ich ja nicht, weil ich weiß ja gar nicht, wie mache ich das mit der Buchhaltung, mit dem Marketing. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich ganz vieles nicht, aber man lernt dann, sich die Sachen so anzueignen. Da muss man halt wissen, da muss man sich halt ein bisschen reinfuchsen und dann geht das. Und die anderen kriegen es auch hin. Also es ist am Ende kein Hexenwerk, man muss es einfach nur machen. Okay, und was ist das? Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, aber was glaubst du, was die Leute dadurch erfahren? Warum macht man sich selbstständig? Es ist einfach, also es kommt natürlich auch wieder auf die Sache drauf an. Und ich finde das ein so schönes Gefühl, wenn was entsteht, wenn was wächst, wenn man was, bis jetzt bei mir auch was ist, was man in den Händen hat. Aber ich mache auch gern Software, wenn ich dann was baue für uns und was automatisiere und das funktioniert. Also ich habe schon sehr viele Glücksmomente während meiner Arbeit und fühle mich einfach sehr frei dadurch. Cool, ganz herzlichen Dank, Julio und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.